hallo es ist der 21 dezember 2021 und ich bin mal wieder im wald spazieren und ja jetzt geht es einfach mal weiter hier ist eine schützhütte der weg geht jetzt etwas steil nach oben und das ist jetzt schon fortgeschrittener nachmittag ich schaue jetzt einfach mal wie es weitergeht hier ist es hier ist es hier ist 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 hier ist